Ich grüße euch, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben das Switch auf dem Tisch und das merkwürdige Verhalten an dieser ist einfach die lauter-leiser-Taste. Lauter funktioniert nicht, leiser reagiert. An-Aus kann man sie switchen, Touch funktioniert, lauter geht nicht, leiser ja. Also machen wir sie auf und schauen dort rein. Schauen wir uns als allererstes den Anschluss an. Wie, glaube ich, sehr deutlich zu erkennen ist, wurde hier bereits schon mal etwas gemacht. Ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, sollte das hier ein Widerstand sein. Ich weiß den Wert leider nicht, 100 Ohm, 150 Ohm, keine Ahnung. Wir schauen mal ganz kurz. Gut, also der Widerstand hier zeigt rein gar nichts mehr. Der ist tot, der muss auf jeden Fall ersetzt werden. Diese Line von der linken Seite geht zum zweiten Pin des Connectors. Da ist auch keine Verbindung mehr vorhanden. Hier ist eine aufgekratzte Line. Da haben wir eine Verbindung. Man kann es sehen. Aber wenn ich direkt auf den Widerstand draufgehe, da ist rein gar nichts mehr. Wir schauen hier mal ganz kurz bei einem Spenderboard. Diese Line ist verbunden mit dem Widerstand. Kompletter Durchgang. Und der Widerstand hier hat 150 Ohm. Okay, das heißt, wir nehmen den hier runter. Oder nee, wir nehmen komplett 9. Wir nehmen komplett 9, ersetzen ihn auf das neue Board. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir nehmen komplett 10, assegungen mit dem Widerstand und so. Und dann machen wir die Hinderlabhy surprise. Und dann können wir das wieder mal nehmen. Das ist das hier. Und wir nehmen einfach einen Schritt auch rein. Wir nehmen die wir in uns complications so. Und 확인 , irgendwie die제�ちら LEBstand. Schauen wir nochmal, ob wir eine Verbindung haben. Ja, Kontakt besteht. Und dann geht's mit. Das war's. Schauen wir uns die Werte jetzt nochmal an. Schauen wir, ob ein Durchgang besteht. Es besteht ein Durchgang und von dem Pin zu dieser Kontaktierung haben wir 150 Ohm. Wunderbar. Wunderbar. Also, bauen wir das gute Stück zusammen und testen mal, ob es lauter und leiser geht. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Lauter, leiser, funktioniert alles wieder. So wie es sein soll. Bei manchen Dingen habe ich einfach keine Ahnung, was da dran gemacht worden ist. Ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist, dass dort irgendwas aufgekratzt worden ist oder beschädigt worden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Und manchmal ist es auch einfach besser, gar nicht zu wissen, was mit dem guten Stück passiert ist oder gemacht werden sollte. Ich weiß es nicht und es ist ganz okay so. Mein Job ist erledigt. Lauter, leiser, funktioniert wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war eigentlich mehr ein kleiner Quickie heute. Aber habt ihr Bock auf mehr Reparaturen? Lasst mir doch einen Daumen da oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bye. Aufnahme. 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 Vielen Dank.